Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bottle 2 Coop mit Busfahrer Paul und mir, dem Poterzo. Hallo. So. Wir spielen jetzt einen neuen Raum. Aha. Ja, da ist ich da oben hängen, muss ich da oben hängen. Gyrolimo! Da muss ja noch eins hin! Ähm, ja, okay, warte. Ja, jetzt kannst du gucken. Ja, jetzt kannst du gucken. Das dunkelblau musst du irgendwo links. Ja, ja, ich seh's, ich seh's, ich seh's, ich seh's. Ich seh's aber nur ganz kurz. Alle? Habe ich's geschafft? Ja. So, was passiert? Welche Knopf drücke? Ach so, ach guck mal, jetzt bist du... Ach nee, guck mal, hier fliegt ein Block, genau. Der Block muss da hin, also heißt... Ja. Ah, Moment. Genau. Oh, da könnt ihr gleich sehen, was Paul macht. Moment, muss ich da mit dem Block fliegen? Äh, ja, sieht so aus. Ja, da musst du... Du hast da noch deine Portale platziert, genau. Die sind noch platziert, alles gut. Oh. Und da muss jetzt da runter. Genau. Und jetzt sagst du nur mal fliegen. Ja, das ist ja kein Problem. Mhm. Seht schon irgendwas Dummes kommen? Nö, nö, ich mach nix. Nichts, hier kann man vertrauen. Nein! . Eikt中! Ja tipptopp. Eiat中! Neaaaaainn! Oh, nööööö. Ja, das ist ja selber schuld, ja. Ach, mann. Weiß er... Lass mal abdancen. Easy Win! Hä, die müssen doch auch irgendwas zu tun haben. Ja. Kameras. Nein, das hier. Ja, dass du halt nicht in die letzte Kamera zurück dich täten kannst. Nein, die Dinger hier. Deiner Decker. Ja, da würden wir respawnen. Ach, stimmt. Du kannst jetzt mal hier in die schöne Brühe hüpfen und dann siehst du das. Sehr gut. Super, Dominic. Ich weiß. Man muss da ein Portal hin und... Wohl das andere. Ja. Nein. Abfliegt das überhaupt so weit? Gut gemacht. Nee, das fliegt nie so weit. Es fliegt maximal bis dahin. Fliegst du weiter? Ja. Weil ich mehr Gewicht hab, obwohl... Nee, das prallt hier ab. Ja. Du musst das vielleicht im Sprung erwischen. Alles läuft wunderbar. Warte, kannst du das irgendwie im Sprung erwischen? Moment. Ja, das passt. Okay. Jetzt. Okay, ich drück... Okay, ich drück... Okay. Okay. Warte, ich kann... Warte, ich drück jetzt. Vielleicht ist es jetzt gut. Jawohl. Warte, ich drück's mal... Ja. Nee. So. So. Wollen wir den nochmal gebraucht? Da vorne. Da vorne. Ja, das ist ja easy. Glückwunsch zum Abschluss des letzten Tests. Aber etwas beunruhigt mich. Kann man ohne tödliche Konsequenzen überhaupt noch von Wissenschaft sprechen? Das frage ich mich heute auch noch, ganz ehrlich. Tierversuche sind doch was tolles. Ja. Ohne Todes ist keine Wissen. Tja, man kann halt nicht ewig leben, ne? Alter, was geht denn eigentlich gerade? Warte mal kurz. Ich muss mal kurz... Entwickelt ihr etwa menschliche Gefühle? Braucht ihr etwas Aufmunterung? Vielleicht hilft das? Blue? Okay, alles gut. Du bist das beste Robotermodell, dessen Entwicklung Aperture Science je eingestellt hat. Oh. Hat der wieder jemand Nacktbilder geschickt, oder was? Ja. Ja. Das hast du mir gefühlt, dass wir dich gleichzeitig drücken? Nee. Ja, gut. Zu dem. Ja, es ist genügend Zeit los. Ich bin jetzt einfach drauf. Ich glaube, wir müssen da. Ich glaube, wir müssen da. Nee, man kommt da gar nicht durch. Aber guck mal, Paul, ich hab mich versteckt. Du wirst mich niemals finden. Lalalalalala. Ja, ist abgedrückt, ne? Nee, nie. Du wirst mich niemals finden. Kann man da irgendwie auf die andere Seite ein Portal durchschießen? Man kann. Das ist so. Nee, das schaffst du nicht. Hab ich gerade schon probiert. Ah, hier. Ja, guck mal da. Man muss. Aber wie kommt man da ran? Ja, Moment. Dafür brauchen wir den. Fast. Nee, okay. Dafür brauchen wir nämlich den Laserstrahl. Ja, ich glaube, ich habe die Dupfer verbunden, dass da einer stehen muss. Ja, 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 ja. Nein, ich bin ich. Ja, genau. Ja. Zum Abschluss dieses Tests muss man sich übrigens nicht zermalmen lassen. Äh, du musst deine Portale? Also, du musst noch ein Portal, äh, genau hier, also es war noch ein Portal hier und da oben in. Vielleicht hat es mir jetzt wieder da. Dann musst du da durch. Ja, das ist... Hoppala. Soll ich fahren? Ja, wir kriegen doch eh neue. Ja, dann kostet aber alles Geld. Ich bin durch. Paul, du kannst einfach durchgehen. Ah, jetzt. Ja, ich hab die Situation gelöst. Ganz alleine. Aber man, komm, den lässt irgendwie bestämpfen. So würde ich schon. Ja, es geht durch. Ah, nee, jetzt musst du den Laser so draufstecken. Also den Würfel. Du musst einfach nur den Würfel werfen. Ja, ja, hab ihn. Ja, weil du da gerade irgendwie versucht hast... Ja, ich hab zwei Mal E gedrückt. Wisst ihr, was dich zum Lachen bringt? Der Gedanke, dass ihr damit aufführen könntet. Geht das nicht? Ich hab den gerade geworfen. Leg den da hin. Ja, jetzt geht's plötzlich. Ja, du musst ja auch schon so leicht in die Richtung gehen. So kann man da irgendwas rütteln. Warte, ich hab ne Idee. Ähm, mach ein Portal. Da. Ja. Jetzt lass uns einfach hier fallen. Oh, keine Pause. Brausen wollen wir noch nicht. Warte auf Ihren Partner. Tinky Winky. Dipsy. Ach Gott. Lala. Wie ist eigentlich, wer ist eigentlich, wie ist eigentlich noch mal der Blaue? Ja, ne Ahnung, ich glaube, das war Tinky Winky. Ne, Tinky Winky war Blöden. Sie nützen niemandem. Sie sind völlig langweilig. Wo war der Rote, das weiß ich. Der hatte auch so ein Loch quasi. Lala war, war die blau? Well. War Lala nicht gelb? Die Richtung Lala war gelb. Oder war das Tipp? Alter, warum diskutieren wir über Taylor-Tales? Ich weiß es nicht. Weil du mit so ein Thema auch immer anfangen musst. Du hast erst dieses Scheiß, die... Du. Lüge. Aufnahme. Ne, hab vergessen aufzunehmen. Ich nicht. Doch, hast du. Hab ich nicht. Aber ich bin mir eben kein bisschen schneller im Weg, ne? Hast du jetzt nicht bei einem Portal gelaufen? Ne. Und da reicht hast du oh nichts, ne? So, von irgendwo muss man jetzt... Genau. Warte. Ne, warte, warte, warte. Ich muss, glaube ich, hier runterspringen. Das wird nix. Doch, das wird was. Siehste, ich bin drüben schon mal. Ja, in unserem Ziel sind wir aber nicht näher. Ding. Aber ich habe hier... De... Na, 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 na. Warte, ich könnte dich auch rüberbringen, aber es würde, glaube ich, nichts bringen. Ah, ah, ich habe es. Ja? Ja, wenn ich da gegen den Knopf komme, dann kommt dort oben einer raus. Nein, kein Counter. Ah, okay. Dann... Also nochmal für Demonstrationszwecke. Dann springen. Ich habe dir gerade ein Portal gesetzt, dass du springen kannst. Ja, aber ich habe... Was weißt du, wie ich herausgefunden habe, dass... Ach, Junge. Du musst da auch springen, um den abzubilden, weißt du? Ah, warte, ich komme zurück. Ja. Ja. Das sehe ich hier nicht nur zuerst. Ab ihn. Stop. Direkt beim ersten Versuch und doch nicht mal abgesprochen. Mal wohl, dann nicht. Ah, ich bin oben. Keines Glück. Ah, da vorne ist er. Ne, ich fand das können. So, was macht das jetzt? Oh Gott. Aber ich finde die Maps von der Atmosphäre ja geiler. Ah, das schon. Aber ohne groß ich. Ah, okay, jetzt kommen wir da problemlos durch, oder? Ja, problemlos, das Ding ist, ne? Ja, aber wie kommen wir da erstmal hin? Ja. Ich muss doch nicht hinterher. Ich bin hier nicht drin. Ich tue da vorne. Du da. der ventilator wird glaube ich nix bringen oder doch wir müssen da irgendwie hin denke ich wo lang geht es eigentlich hier warte da bleibt doch immer in der seite stehen guck mal hier ist noch was ab bist du von da irgendwas ja ich sehe dass man da Portale setzen kann da rein liegen Raum aber sonst nichts spektakuläres es muss sich doch jetzt irgendwas verändert haben das ist der ventilator ist jetzt so ruhig sehe ich von hier was im ventilator nö ich guck mal hier irgendwas ob sich hier was verändert hat unwahrscheinlich ne 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 vollkommen ja wir sind so dumm ja sind wir moment ja kommen wir hier hoch da bist du und dann wartest du bis die ventilator still ist und dann sprengst du durch oh ah ok ähm wo waren die Portale die fand ich hier ne ja ja das ist das halt ja siehst du da irgendwo eine Fläche ne 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 aber ich muss jetzt mal hier durch so genau hier muss jetzt der Laser hin Dafür muss jetzt irgendwo, genau... Scheiße, wir brauchen halt doch mal... Ja. Ja, so, wie kommst du? Hm. Ja, wahrscheinlich gar nicht. Das Ding ist, hier ist halt, weil du siehst halt auch keine Fläche, wo ich was hinmachen könnte. Nirgends? Nee, nee, nee. Und das Ding ist... Warte. Ja, versuch erstmal irgendwie alleine was zu finden. Na, das ist doch ich, ich hab schon was gefunden, aber ich brauch dich hier tatsächlich. Und das Ding ist, ich kann zwar hier eins machen, aber hier ist halt diese Wand. Das ist ja nur durchschießen. Warte, warte, warte. Und hier sind halt die Fenster. Ich kann halt durch kein Fenster schießen. Und ich brauch hier unter anderem auch... Warte, kannst du den Laserstrahl hier reinbringen, irgendwie? Wo ich stehe? Ähm, Moment. Mal gucken, ob ich irgendwo eine ordentliche Gefahrfläche hab, mit der es geht. Das hier ist einer. Sehr gut. Und jetzt, ja, 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 genau. Schön, 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 warte. So. Jetzt ist es aus. Jetzt ist mein Herz. Und jetzt? Tippitoppi E.O. Wir haben mal wieder den Diss. Lassen Sie die Professor rein. Ah ja, Präsentation. Fertig, denke ich jedenfalls. Ich habe nicht so... Sie ist so liebevoll zu uns. Fertig. Vertrauensbildung. Ich weiß nicht, was ihr da habt zu tun, aber es gefällt mir nicht. Ey! Ich darf euch wohl nicht außerhalb offizieller Teststrecken lassen. Ihr nehmt schlechte menschliche Eigenschaften an. Und glaubt mir, Menschen haben nur eine gute Eigenschaft. Ah! Moment, geht es da direkt so? Bist du dann quasi auf... Ja, der, der sollte sich da hochschleudern, denke ich. Ja. Versuch mal direkt hier, das Antrieb zu halten zu setzen und dann, ob das geht. Ja, klar. Fertig. Boah, die Musik. Ja. Aber... Bevor wir hier weitermachen, würde ich sagen... Genau. Verabschieden wir uns. Und sagen... Bis zum nächsten Mal... Bei Portal 2. Ja. Schön in die Eier. Kannst du rampen? Weil du imp quantities kannst duوں, müsstest du eineгу Wale zu sein. Kannst du mal even knowe Wale zu stellen, wenn dein Gericht wird, wäre nicht würdig. Wenn du auf uns leckst! Will das schon be Cann Grialk necessarily fall gar nicht almét? Angry oder ein Gerichtgeräusch? Ja. Untertitelung des ZDF, 2020